oder sprengst mich in die luft ja klar so resi wird auch nur in die luft gesprengt für youtube alles im highlight video alles im stream highlight video oder nee das war nicht das war nicht das war make gekillt oder so keine ahnung irgendwie sowas da wird der resi mal ganz kurz in die luft gejagt aber mit einer ganz kleinen ankündigung vorher gehe ich gebe zu ich hätte vielleicht ein bisschen früher ankündigen können dass es schnell gleich geschmissen wird aber das ging schon klar so weiß bescheid jetzt tut man nicht so ihr als ob wir da auch mal reingeschaut hätte ja also ganz ehrlich da hat jeder von uns schon mal reingeschaut aber das ding ist halt das sind trotzdem die unspannendsten streams die ich kenne so da fehlt mir der autismus der hier gekickt wird alter ich freue mich gleich der level up ist jetzt ausgetrunken und hoffe dass er jetzt gleich erst richtig gekickt ne ich brauche diesen ich brauche diesen richtigen kick alter so richtig wach werden weil ich bin den ganzen tag übelts müde bei whisky brauche ja ein bisschen länger nice headshot viel viel früher das war wie beim gar nichts gesagt hättest gefolgt bei insta kurs dankeschön ich guck kurz zurück damit wir die 300 mal voll haben habt ihr auch gerade ein schritt gehört ja ich wusste es kleine drecksau ist er wieder am campen ist er oben am campen oder ist er im raum am campen hier oben ist er nicht glaube ich das wort geraten da seine nähe er ist über mir auch bruder was ist denn mit dem ich will nicht pushen ich war ich verpackt das safe verpackt das safe ich werde angerufen und kurz was meine pushen nicht pushen ich weiß nicht ich habe immer ganz ehrlich push nicht gerne immer solche bei solchen leuten ist gebäude rein weil ich das immer verkackt geht doch lol der war so drauf sind die gläser jetzt die fenster meine ich jetzt aus hier was von headshot als ob der jetzt überlebt hat weil er hat die weste an oder absolut knapp ist ich gleich nachgucken was der typ auf den sturm gewehr hatte warum kämpfen die alle könnte ich mal erzählen so lust und kennt absolutes komisches game geworden ich verstehe aber voll offen wie ist dabei der meisten der meisten immer die saug am liebsten ja bleib doch ruhig stehe du hättest ein headshot bekommen mit dessen bewegst du dich was hat denn der hatte die parlor ja scheiße scheiße ich hab hier echt kackboden von hinten unfaire scheiße verwirrung prankt dann werde ich gleichzeitig noch von jemand anderes beschossen so eine frechheit alter was ist denn hier los was soll denn das wurde was soll das wie lange warten wir jetzt schon da drin gechillt was eine koschka die hat wirklich schaden gemacht ey du kleiner wichser ne an welchem fenster chillst du guck mal wie schlecht die sind oder wie schlecht seid ihr wie schlecht seid ihr wenn das ein sieg mit jungs dann wird er hochgeladen da war auch eine gute runde wir brauchen material hört ihr das kann das auch mal irgendwann explodieren oder hier noch chillen ne schade ist nicht mit ja ich glaube hier ist noch einer bruder sehr ehrlich bist du hier am campen die scheiße auch ich dachte vielleicht funktioniert das ganz gut ja ich bin rüstungsplatten scheiße ich glaube ich lute den der baum oder ja der letzte nice jungs gg leute geil geil alter geile runde das wird sowas von hochgeladen zack 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 Bis zum nächsten Mal.